Willkommen zurück zu einer neuen Folge von... ...den Streicheln. Okay, wollte ich mal testen. Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wolfenstein 2. Und, bitte! Viel Glück! Sieh, wichtig, Tour! Du... 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 Er will mein Blazkowitsch! Mein Gott! Er ist mehr als perfekt! Er liegt! Ich helfe Ihnen beim Auspacken, Herr Redfield! Was zur Hölle ist das? Du... Du... Wir pusten General Engel das Licht aus... ...und zeigen den Amerikanern, was eine Revolution ist! Das ist aber hübsch hier! Leckeres Essen noch! Proteinwürfel! Geht ein bisschen aus wie die... ...Kaugummi... ...Verpackung! Gemme einem... ...seg mal alles吧! Das war alles Obst! Danke für diesen... ...nette Willkommen! Und hier... ...jährliches Sauerkrautfest! Gut! gefällt mir mehr sauerkraut auch nicht und einige gefangene versuchten zu fliehen viel krawall viel tote irgendwann schaute ich um die ecke ich schwöre bei gott er musste sich auf die arbeit konzentrieren und hatte das gefühl was sinnvolles zu tun na klar was würdest du dafür geben noch so eine chance zu erhalten ich würde alles dafür gehen das arschloch noch mal im visier zu haben und diesmal würde ich treffen außer ich kriege ihn zuerst stell dir vor terror belieben als ersten abschuss man würde dich vergöttern ich glaube aber nicht dass das noch was wird meine lieben ja ich habe ihn sehr sauber getötet ja jungs das war es dann wohl nix mehr mit terror belie töten gold und ich glaube so viel essen brauche ich hier auch erstmal nicht mir geht es ja noch gut nein na schau mal einer an zack so noch neun überwältigungen haben wir das auch noch freigeschaltet sehr schön wir kommen ja hier langsam voran bin mal gespannt wie lang dieser abschnitt hier auf der venus dann ist der ähnlich kurzes wie das mit dem mond fände ich auch nicht verkehrt ich meine abgedreht schön und gut aber kommst du etwa hier rüber das ist nicht gut das ist gar nicht gut und r2 d2 oder was in der art ich speicher erst mal du guckst fernsehen ne vielleicht nicht ganz so sinnvoll fernsehen gucken macht dumm hui so den würde ich dann auch ganz gern einigermaßen heimlich überwältigen ok ich glaube das lade ich tatsächlich gerade noch mal die dinger scheinen explosiv zu sein hm so ist ja gut ich höre mal auf mich zu entdecken ach da ist jetzt wieder ein na irgendwas im weg ach man fuß sie doch mal hier schleichend blöd ich will das jetzt schaffen warum wieso einmal versuche ich es noch wenn es nicht klappt wird halt geballert ok dann halt nicht wieso lebst du denn noch sag mal eigentlich solltest du ja tot sein ne von daher dann direkt mal auf shotgun würde ich sagen können wir die noch einfach mal da liegen lassen hat er jetzt wahrscheinlich mitgekriegt was macht ja eigentlich hier sag mal nachladen heimbo feuer frei dann mal los hi oh blut ihr macht zu viel schaden kinders das ist doch nicht schön ich weiß gar nicht kann ich überhaupt das den ich glaube ich könnte theoretisch auch das dings runter stellen vielleicht mache ich das auch echt gleich mal das dauert mir alles viel zu lange so die zwei werden dann schon mal weg und diesmal zum glück kein alarm ausgelöst hoffen wir mal dass das so nein es bleibt nicht so okay warten wir vielleicht mal bis der vorbei gewuselt ist ich hoffe dass dann wohl der sollte mich eigentlich nicht so wirklich sehen von hier aus denke ich mal ich meine der roboter geht halt hier noch die gegend aber den können wir auch mal roboter sein lassen wieso wirst du jetzt direkt auf mich aufmerksam normalerweise habe ich doch meine zeit um mich halt zu verstecken zu reagieren oder habe ich das jetzt weiß ich kann man das nur eine bestimmte zeit lang ausnutzen ich weiß es nicht dann war ich dann bis der da oben irgendwo hingelaufen ist und gucke ich mich dann irgendwie verstecken kann oder halt außen rum komme da ist der kommandant alles klar hast du jetzt noch andere leichen gefunden hast du hast der toll gemacht nein nein okay der entdeckt mich dann wahrscheinlich also kann ich auch nicht hier bleiben das ist nicht schön ich glaube da kann ich das tatsächlich gerade knicken hier weil entweder der oder der mich entdeckt könnte natürlich auch ihn ausschalten könnte natürlich auch ihn ausschalten so jungs ich muss da mal weg und jetzt leben leben toll sackgasse ich glaube das kann nicht knicken 20 leben komme ich an denen nicht wirklich vorbei granaten vielleicht ja doch du drecksvieh du verdammtes verdammtes drecksvieh für einen weg zu Nicht hängen bleiben. Wie viel Sinn ist das? So, Leben mitgenommen. Ungünstiger Zeitpunkt, um nachzuladen, Kollege. Aber es hat gereicht. Puh, meine Güte. So, gut. Rüstung haben wir wieder. Dann brauchen wir noch ein bisschen Leben. Oha. Da ist Leben. Tolle Proteinwürfel. Norms. So viel bringen die leider nicht. Ah, hier ist noch mehr Zeug. Gut, 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 gut. Aber, äh, nix gesagt. E-Mail. Von Alpha. Beringer. Ihre Missachtung genaue Anweisung treibt mich zu Weißglut. Die Exemplare, die Sie mir letzte Woche beschafft haben, waren schmutzig. Schmutzig. Und zwar alle. Sie sind so einfältig, als dass Sie diese Bedeutung meiner Spezialforschung verstehen und für die Angelegenheiten die benötigte Sorgfalt einsetzen. Die chemische Zusammensetzung interessiert mich nicht. Es geht um die Aura der Farben. Ich habe Ihnen gezeigt, was schmutziges Licht bei Pflanzen bewirken kann. Genauso wie ist es mit Menschen. Als Künstler in Wien habe ich mit hellen Farbtönen experimentiert. Die Synesthesie reflektiert Muster von ewiger Tragweite. Sie werden zum Sonderdienst in australische Gebiete abkommandiert. Dies ist Ihre letzte Chance zu beweisen, dass Sie nicht ganz und gar inkompetent sind, Beringer. Gezeichnet, der Kanzler. Tja, nehmen wir das Zeug hier mal. Na gut, das können wir mitnehmen. Das ist schön. So, jetzt haben wir auch wieder Leben. Okay, dann stoppen wir uns, glaube ich, mal schnell noch hier das Zeug. Das hier. Ist ja auch hübsch. Hier mit Venus und so. Aber scheinbar nur so zum Auffrischen. Ich muss nach dort irgendwie. Da habe ich überall Alarm gedöhnt, wie es scheint. Ach, da habe ich auch noch Dings übersehen. Dann muss ich nochmal zurück. Hop, 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 hop. Ein Enigma-Code. Stimmt, ich habe ja noch gar nicht geplündert vor lauter, lauter. Ein Beilchen mitgenommen. Tja, ich schätze, wir müssen wieder drunter. Dort geht es ja nicht großartig weiter. Geht es denn hier irgendwo weiter? Jetzt haben sie ein tolles Zeug zum Rumpf fahren. Ah. Bitte Ruhe. Muni, Leben. Zeitung, die neue Wahrheit. Sonderfolge von Liesel wird von unserem geliebten Kanzler produziert. Die Neumond Fernsehproduktionsgesellschaft im Mediengebäude von Los Angeles gab gestern bekannt, dass unser geliebter Kanzler, möge ihr ewig regieren, eine kommende Folge der seit mehreren Jahren laufenden Fernsehserie Liesel produzieren wird. Gemeinsam mit Frau Hardlinde, seiner Hausregisseurin und Leiterin des Filmministeriums, wird der Kanzler vom Drehbuch bis zur Kostümauswahl die gesamte Planung übernehmen, um seine Vision auf charakteristisch ehrgeizige Weise einzusetzen. Der Kanzler ist selbstverständlich geehrt, mit seiner Klarsicht und seiner außerordentlichen Schaffskraft einen Beitrag zu dieser beliebten Fernsehsendung leisten zu können, so Hardlinde im Rahmen einer Presseerklärung. Aha, sehr schön. Na, Kampfpistole. Ja, können wir vielleicht auch mal noch irgendwann aufrüsten. Aber die habe ich, glaube ich, bis jetzt noch nicht einmal eingesetzt. Vielleicht ist die gegen die Dicken gar nicht so schlecht. Könnte ich ja mal gucken. Hallo, Chris Shale. Oha, da habe ich, glaube ich, eine ganze Menge schon übersehen. New Orleans auch sauviel. Aber ich denke, da kommen wir nochmal zurück. Ja, gehe ich mal stark von aus. Ich frage mich allerdings, ob wir hier nochmal zurückkommen. Also wirklich wahrscheinlich finde ich das nicht. Müssen wir hier hin? Ne, ich denke, wir müssen hier irgendwie weiter. Geht es denn hier irgendwie weiter? Nicht so wirklich. Gut, Rüstung brauchen wir keine. Einen Donut brauchen wir. Donuts sind schon was Feines. Das kann ich nur empfehlen. Ah, Putzroboter. Wie schön. So. Dann wuselt da hinten noch jemand rum. Ich sehe aber auch, es ist wieder an der Folge, äh, an der Zeit, die Folge zu beenden. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.